Herzlich willkommen auf YouTube zu einer weiteren Gewinnziehung, denn wie wir festgestellt haben, hat beide Male unser Psycho-Bäcker gewonnen, sowohl auf YouTube als auch hier auf Twitch. Er gibt deswegen den Twitch-Gewinn zurück, dass wir ihn weiter verlosen können und unter den bisherigen Einsendungen drücke ich jetzt hier einfach noch mal auf hier einen weiteren Gewinner und der Gewinner, der angezeigt wird, ist TomW0815. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob er da ist, habe ich ihn heute schon gelesen, ich glaube nicht. Ich meine, ich habe ihn heute noch nicht gelesen. TomW, wenn du das hier auf YouTube oder auf Twitch siehst, melde dich bitte bei mir und weil wegen zwecks Adressaustausch und wir wünschen alle herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch.